endlich level 12 endlich hier an der festung angekommen und jetzt wird es zeit sich ein richtig gutes start set zuzulegen ein angelset wo man auch etwas dickere fische mit rauszieht und welches von diesen neuen komplett sets das genau richtige ist für dich für den 12er see für die festung das zeige ich dir jetzt also los geht's die ganzen neuen sets hier sind ja schon wahnsinnig verlockend ganz viele neue sets zu echt guten preisen das muss man ja wirklich sagen ob das jetzt hier das posen angel start das set ist oder was auch richtig gut ist dieses natur köder set das liegt bei 12 euro 50 im vergleich dazu würden die köder einzeln was hat man ausgerechnet 15 96 kosten das heißt wenn man einen oder mehrere von diesen ködern kaufen möchte lohnt es sich in jedem fall das natur köder set zu kaufen das nehmen wir auf jeden fall schon mit das lohnt sich und mit dem set angeln war dann auch gleich bei den roten sets ist es ein wenig durch wachsen ich habe mir gerade mal das posen set start angeschaut da bin ich nicht so ganz von überzeugt also wenn man ganz am anfang ist vielleicht sogar noch unter level 12 da dann rund 50 silber auszugeben für dieses posen starter set ich glaube das ist ausgeschmissenes geld weil man ja entweder mit der ersatzroute vom waldsee mit der bambusroute oder auch vielleicht mit einer telestick mit telestick 13 genau so zusammengebaut liegt bei 28 silber also vom effekt her ist das kaum unterschied nur dass man eben hier ein bisschen mehr tragfähigkeit hat aber wie gesagt der riesen effekt ist es dann eigentlich nicht also für den anfang glaube dieses posen starter set ist glaube ich nicht so richtig effektiv da würde ich lieber noch ein bisschen länger angeln und mir dann das posen starter set plus leisten wenn man damit also wenn man wirklich sich auf pose spezialisieren möchte und dann auch hier im level zwölfer bereich sich dieses starter set zulegt mit einer tragfähigkeit von 7,5 kilo das macht dann schon eher sinn da kann man dann wesentlich entspannter auch am zwölfer angeln wobei das hier an der festung trotz allem immer noch ein bisschen gefährlich sein kann aber das ist halt posen angeln das ist eben ein bisschen tricky gerade mit denen mit den stippen wenn da mal ein dicker amour an beißt macht einfach pitch und die schnur ist durch was sich wiederum richtig lohnt ist dieses set das finde ich ist für das zwölfer gewässer für den ja für die alte festung richtig gutes set wo man auch echt gut silber noch mal spart es liegt bei 156 45 und im vergleich wenn man sich die einzelnen komponenten alle einzeln kauft nicht mal bei 203 silber 62 großer unterschied da hat man schon mal gut was gespart das wichtige ist man hat schon mal eine eine echt vernünftige rolle und die rollen sind ja irgendwann richtig teuer da muss man lange für sparen und hier die laserti 5,5 kilo bremskraft das lohnt sich schon also dieses dieses set das ist schon top die laserti sonst liegt alleine schon bei über 103 silber und wenn man das dann quasi in kombination gekauft ein echt gutes angebot und dieses set das kaufe ich mir jetzt auch und baue es mir mal eben zusammen ach ich habe hier das sogar noch dann nehmen wir das mal eben hier auspacken nehmen wir das mal eben und dann packen wir das mal aus jetzt muss ich mal eben gucken wo haben wir denn die rote wo ist sie denn hin gekommen kam da ist auch sogar schon zusammengebaut oder das ist nett das ist ja nett schon direkt zusammengebaut am anfang kann man noch kein vorfach benutzen deswegen nutze ich das vorfach auch nicht und ich schnapp mir mal aus dem set ich muss noch mal eben rein schauen regenwurm zuckmücke madekaster borkenkäfer ich nehme mir am anfang mal den regenwurm hier ist das gute stück tu da einen regenwurm dran jawohl legt mir die route immer auf die 1 und dann geht es los hier außerhalb der festung sofort hier vorne rechts wie auch schon früher in verschiedenen videos gezeigt absolut guter spot dann werfen wir einfach mal aus genau hier schön knapp hinter das grüne geschlonze das sieht aber auch ganz schick aus aus das ding ne haben wir von komfort 360 das certi da dran sehr gut für die la certi beziehungsweise hier man weiß ja immer nicht was beißt immer wieder ein ganz wie eine ganz wichtige sache die bremse immer weiter runter machen machen wir die mal auf 10 wenn was ganz dickes hier gleich einsteigt dann ähm dann geht es halt geht der fisch erstmal in die bremse zieht sich ein bisschen schnur man kann immer noch schnell genug reagieren die bremse langsam hochdrehen nicht dass da gleich irgendwas abreißt wobei das ja vom vom zusammenbauen ist es ja eigentlich schon so das ist ja eigentlich schon passend ne mal eben 4 kilo die tragfähigkeit der route ja sehr gut 6,5 kilo tragfähigkeit der route die schnur liegt bei 4,8 kilo also da sollte nicht wirklich viel passieren ja dreimal das ganze set schon nicht schlecht ey dreimal das ganze set ist glaube ich das lohnt sich 156 45 da sind wir zusammen bei 469 silber da muss man schon eine weile für angeln ist richtig 500 silber zusammen angeln aber ich glaube dass man dieses set auch echt lange noch verwenden kann auch später noch für fürs set fische angeln am 20er oder so also für die etwas kleineren fische absolut solide set up ich hatte ja sonst immer gerne auch empfohlen damit zu starten mit diesem set up so machen wir das mal so na warum jetzt aber dass man sich quasi hier die sorento kauft sorento fd 100 die ist deutlich günstiger als die 130er mit der mit der mit der spark 3000 aber ab dem 12er see wird es schon ein bisschen schwierig ich glaube da ist es dann doch deutlich praktischer bis zum 12er see sich hart durchzubeißen und mit der stippe oder mit der spinnroute die man am anfang hat sich damit durchzukämpfen kohle sparen kohle sparen kohle sparen kohle sparen nichts ausgeben für essen nichts ausgeben für unnötige köder sehr viel mit mit brotteig angeln zum beispiel das ist ein günstiger köder und dann irgendwann erstmal so ab dem ab dem 12er see sich halt wirklich ein vernünftiges set leisten und ähm ja wie gesagt vernünftiges set ist tatsächlich hier und da ist auch schon was dran ist tatsächlich jetzt hier dieses set fühlt sich echt gut an muss ich sagen und da geht sogar einer ein bisschen in die bremse jetzt kann man die bremse ein bisschen hochziehen oh das fühlt sich echt gut an solide zack ein dicker giebel mit 400 gramm oh das passt ey na ich glaube die ich glaube die hole ich mir einfach mal demnächst dann tausche ich das aus ich hatte jetzt bloß zuletzt hatte ich so viel ausgaben auch für reparatur jetzt bin ich gerade noch bei gerade mal 500 silber aber ich glaube ich werde das mal austauschen das fühlt sich gut an und dann kommen hier meine kleinen so rentos die verschenke ich dann und dann hole ich mir hier die neuen schicken das neue set sieht auch schick aus gefällt mir ja das werde ich machen ich hoffe ja eigentlich so ein bisschen auf was dickes komm machen wir mal ein bisschen risiko hier entweder ich vielleicht ein Amur wäre nicht schlecht ne was machen wir denn mal dran ein Amur oder ein fetter Karpfen wäre gut ey das soll jetzt gleich richtig schön eskalieren ich teste mal eine Kartoffel oder gleich einen Tauwurm wichtig natürlich jetzt wenn ihr hier an der Position steht und ihr wollt was dickes fangen dann gucken dass man wirklich auch hier in Richtung der Brücke steht dass wenn der Fisch anbeißt dass der entgegengesetzt eurer Richtung quasi abhaut heißt wenn ihr nach so werft haut der natürlich in Richtung des offenen Sees einfach ab also besser so hinstellen schräg oder vielleicht sogar noch besser hier hinstellen und da hinwerfen also je eher je schräger der Winkel ist dass der Fisch dann wirklich abhaut in die Richtung wenn er hier anbeißt und schon hier rüber abhaut in die Richtung Brute aufheben hier hinlaufen und nach rechts rüber ziehen mit der Route damit er umdreht der Fisch und dann wieder in Richtung Brücke hin abhaut der schwimmt in der Regel nicht unter der Brücke durch das heißt ihr könnt den dann schön in der Ecke da hinten oben in Richtung Stein dann drillt ihr den Fisch da oben und dann könnt ihr auch eigentlich die dicksten Brocken rausziehen auch und das ist wichtig auch über der Tragfähigkeit der Route und über der Tragfähigkeit der Schnur und natürlich auch der Bremse das heißt auch mit diesem Setup ist ein 10 Kilo Fisch oder mehr durchaus möglich da kommen immer wieder die Fragen ja was kann ich denn hier angeln meine Route hat nur eine Tragfähigkeit von 4 Kilo was ist wenn da auf einmal ein dicker Karpfen anbeißt ganz entspannt Leute rausziehen die dicken Karpfen ganz wichtig deswegen ist es eben so wichtig dass ihr hier am Anfang die Bremse richtig einstellt die Bremse lieber weiter nach unten jedes Mal wenn man neu einloggt ist die Bremse immer auf 16 eingestellt also bevor man die Route abstellt runter auf 10 wenn ihr hier an diesem Setup vielleicht auch noch einen Vorfach dran macht später hat man Vorfach freigeschaltet dann ist die Tragfähigkeit des Vorfachs nochmal unter der Tragfähigkeit von der Schnur und dann muss man die Bremse vielleicht sogar nochmal weiter runter machen damit nicht das Vorfach abreißt abstellen und auf den dicken Brocken warten ich hab nochmal einen Regenwurm dran gemacht aber ist auch nicht richtig dick an den Regenwurm hier oh ganz kleiner Giebel das ist noch nichts dickes ja da ist es wieder oh ich hab gerade mal einen Mistwurm dran gemacht aber auch eher was Kleines was haben wir denn da och Kaulbarsch oh das ist gut das ist gut ganz kleiner Fisch bringt aber gut Silber da gehen wir nochmal rein was haben wir denn da ja ja so ein wenig in der Bremse ziehen wir langsam hoch und wieder eine Brasse Leute ich will die Route brennen sehen ich will einen richtig dicken Brocken ich wechsle nochmal den Spot sooo hier hinten angekommen das ist hier ganz unten am Fuß an der Brücke werfen wir doch mal hier unser neues gutes Stück rein und weil mir der Haken auch ein bisschen klein ist damit es richtig abgeht was haben wir denn hier drauf wir haben 150 160 Meter drauf das reicht 160 Meter Schnur Moment haben wir 160 Meter drauf nein wir haben 120 Meter drauf mehr haben wir ja gar nicht hier auf der Spule auf der Rolle 160 159 könnten drauf 120 Meter haben wir 4,8 Kilo ich hau jetzt hier mal einen dickeren Haken dran nehmen wir mal einen fetten Vierer Haken und entweder eine dicke Kartoffel einen fetten Tauwurm einen fetten Boily der Karamellboily hat letztens gut funktioniert Karamell 14 halt direkt nochmal aufheben Bremse runter jetzt bin ich gespannt oh 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 ja oh ja oh ja ja so habe ich mir das vorgestellt genau so erst mal ein bisschen ziehen lassen Bremse langsam hoch und dagegen kurbeln kann aber noch schwerer werden aber das ist doch schon mal ganz nett das ist doch schon mal ganz nett oh das ist eine Brasse ne das ist ein fetter Giebel ja man komm Bremse noch weiter hoch zack naja kann noch dicker soll ich mich mal hier an die Kartoffel wagen oder einen Käse oder einen fetten Tauwurm ich nehme mal die fette Kartoffel vielleicht geht ein Amor dran oh oh doch oh ja oh ja 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 die Kartoffel Yeah Baby Okay, jetzt ziehen wir langsam mal hoch hier die Bremse. 20er Bremse. Sehr gut. Und erstmal ziehen lassen. Erstmal schön ziehen lassen. Bisschen dagegen halten. Nicht kurbeln. Erstmal ablaufen lassen. Oh, Alter. Jetzt weiß ich auch, warum das Ding mit dem 14er Haken verkauft wird. Probeln wir mal. Ja, so langsam wieder dagegen. Wie man schön unten sieht, richtig viel Schnur ist da nicht drauf. Eine Stufe höher. So gut. So gut. Gucken wir mal, was es wird. Kartoffel. Einfach bester Köder. Da ist aber eine Agro. Warum bin ich so entspannt eigentlich noch? Mit der Schnur. Wir sind jetzt hier bei Viertel nach. Der ist schon richtig viel von der Schnur runtergezogen. Aber das, der Fuß hier hinten, das Gewässer, das ist gar nicht so tief, so lang. Ich glaube, leerziehen kann er mich hier nicht. Wobei, so langsam kriege ich Puls. Bei 10 nach ist es schon knapp. Bei 10 nach ist es schon ein bisschen knapp, ey. Eigentlich ist es bei Viertel schon knapp. 120 Meter. Knapp. 120 Meter ist knapp. 50. Ja, wenn er hinten ganz in der letzten Ecke ist. Oh, Kästchen 50 Meter. Mit Shift ein bisschen schneller einkurbeln. Würden so ein bisschen hier in die Rote noch reingehen. Dann muss er die Rote noch umbiegen. Und wenn das, genau, jetzt ist es zum Beispiel gerade so, beim schnellen kurbeln, also mit Shift kurbeln, dann geht er in die Bremse. Und ohne lässt er sich besser ziehen. Manchmal merkt man das, dass der Fisch dann schneller dagegen reagiert und ein bisschen aggressiver darauf reagiert, wenn er zu schnell gezogen wird. Wenn er langsam gezogen wird, dann kämpft er weniger dagegen an. Oh, ich bin gespannt. Man kann natürlich jetzt auch mitlaufen. Wichtig ist da natürlich dann, dass man guckt, dass der nicht jetzt an einem vorbeisaust und dann hier in Richtung des offenen Sees schwimmt. Unter dieser Brücke schwimmen die schon mal gerne durch und dann steht man auf einmal. Langsam hinterherlaufen, die Schnur niemals locker lassen. Unten muss immer zur Actionbar hier. Muss immer, muss es immer schön im grünen Bereich sein. Und der ist tatsächlich ganz hinten im Zipfel ist der drin. Zwischendurch mal ganz schnell kurbeln. Jetzt hier. Jawohl. Ah, der wühlt noch nicht. Der wühlt noch nicht so richtig. Ja, doch, jetzt kommt er. Da ist er schon zu sehen. Da ist er schon zu sehen. Oh, Quatsch. Was haben wir denn da? Wann hier? Zack. 3,9 Kilo weißer Amur. Kann noch dicker, aber beim nächsten Mal. Schönes Ding. Einkassiert. Direkt wieder auswerfen. Wir wollen noch was dickeres. aber das Gerät kann es und ich werde mir echt Stück für Stück und der Karma-Komfort mit der Lacerati dran echt gutes Ding kaufe ich mir nutze ich und ich bin mal gespannt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr für Brocken mit der Maschine rausgezogen habt. Auch hier am Graben oder wo auch immer ihr noch geangelt habt damit. Ich glaube, das Ding kann viel, viel mehr noch rausziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da und im Idealfall noch ein Abo und ja, ich freue mich dann aufs nächste Video oder wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Livestream FeierabendTV auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.